wird erledigt gehen weiter na da ist wieder ein peter hat die können wir es mitzukommen kontakt zur rechten ich sehe nur ein erst sagen sie irgendwas mit 6 uhr dabei ist es 11 uhr sagen sie zwei schützen die läuft nur einer rum was ist das für an gaben man kann auch kein squad mitglied arbeiten scheiße aua was wird nicht was wird der wache er weiß es toll großartig 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 immer wieder stoßartig ein stoff gelaufen wird römer 10 54 sagen wir lassen dort eigentlich 10 54 wir sollten mit der drohne lieber allemal anpingeln alter ich war wechsle es jedes mal sprinten und hinlegen die ersten paar meter können wir uns sprinten die haben luftunterstützung rechts von uns so den da ich sehe noch ein rechts unten an diesem gefächsstand Da haben wir einen. Sohne. Dann weg damit erstmal. Den da. Den da haben wir. Und das ist Nummer 3. Na machen wir den mal nicht. Komm wir nehmen den da. Dann nehmen wir den hier. Und den hier. Wieder hinten am besten noch nicht. Ich bin bereit. Sonst noch irgendwo eine hier rumsträunern. Scheint nicht so. Gut. Weiter geht's. Und zurück hier. Okay. Weiter geht's. Mit der Drummer wird's jetzt wesentlich einfacher. Was natürlich auch nicht gerade so der Burner ist. Jetzt müssen wir uns natürlich noch auf den. Hubschrauber achten. Hubschrauber. 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 Mit der unten bewegt. Das einzige. Das heile Auto. Nein doch noch eins. Ok. Biss dich jetzt Junge. Ich hab gerade die Volksbank gesehen. So'n Scheiß. Ich bin da. BADUM. Ja, wir warten, und wir warten, und wir warten. Und noch der fucking Hubschrauber da. Können wir den markieren? Nicht, drüber. Den gerade konnte ich noch markieren. Negativ. Das haben wir nicht, du kannst dich gleich aus der Luft fischen, ey. Das wäre mega sweet. Warten wir mal kurz ab und versuchen es. Feuer frei. Das geht nicht. Okay, dann nicht. Negativ. Abholpunkt. Als ob der Hubschrauber das nicht sehen würde, dass wir da hinten abgeholt werden. Naja, gucken wir mal. Gott, dieses Auto scheint hier sehr beliebt zu sein. Natürlich können wir da nicht lang. Alter, und wo sind meine... Alter, guck dir das mal an! Was machen die da hinten? Die müssen hier hin. Und die stehen da hinten rum. Nee, das können die bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich will nach Hause. Ich fahre. What the fuck? Wo kommst du her? Den Weg haben wir doch schon geklärt. Noch ein Gegner. Auf 12 Uhr. Zweites Ziel. Ziel 3. Da ist noch einer. Ganz geiles. Meine Kollegen sind alle sind gerade überhaupt nicht hier. Auf dein Signal. Warte auf Signal. Auf dein Zeichen. Feuer, Feuer, Feuer. Ich wollte gerade sagen, ich habe da hinten einen gesehen, aber... Dem ist nirg... Sorge gewesen. Da waren jetzt keiner, gut. Ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Wir haben nicht einen Schuss losgelassen jetzt gerade. Abbruchpunkt. Sie müssen auf alle Teamkameraden warten. Ja, und warum gammeln die noch da hinten rum? Die sollen jetzt hierher? Kommst du mit dem scheiß Abbruchpunkt. Jungs, war sie auf einer Einladung? Ach, sie... Die waren doch eben gerade hier und haben die Leute getötet. Was machen? Die sind schon wieder ganz da hinten. Das war jetzt knapp. Entredigt. Och, ne, ist das jetzt euer Ernst? Ihr wart gerade da hinten, habt die drei Leute getötet. Jetzt seid ihr wieder hier hinten und macht... Da konntet ihr den nicht kalt machen. Was ist das für eine Spiellogik? Komm, wir brauchen hier nicht zu... Gammeln. Wir haben hier schon alle getötet, falls ihr es wieder vergessen haben solltet, dass ihr die getötet habt. So bescheuert das, ey. Da, fertig. Da können wir nicht langs. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt hier machen? Stürmt! Und der Hubschrauber da hinten bemerkt jetzt diesen Hubschrauber hier nicht? Okay, cool. Mhm. Was auch immer. Jetzt kommt eine Schwarzblinde. Ich wusste, dass jetzt eine Schwarzblinde kommt. Weiter, Kontroll! Vereilung! Hallemann vollständig angetreten. Vorwärtszentrum, ich will nicht am Boden kleben! Wir sind schon längst da, du kannst losfliegen, du Fotze! Entschuldigung. 67 von 100! Waffenheil seit 19! Herausforderung nicht erledigt, nicht erledigt, erledigt! Das schnelle Truppen Spielfeld säubern! Ach, was auch immer. So! Jetzt geht's zur nächsten Mission, wa? Dann wenden wir das Ganze hier! Ich muss hier wieder raus, sonst macht einfach weiter! Ich bedanke mich für's Zusehen! Wie immer, schreit alles in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online! Tschaußen!